Ja, hey Leute, ist ja immer wieder lustig, was sich der Kilian so für Sachen einfallen lässt. Also ich finde es ja echt belustigend, aber teilweise hat er auch echt richtig gute Ideen. Und zwar habe ich mich ja schon gewundert, warum er hier ein Display hat für die Spureinstellung. Also finde ich echt cool. Er macht hier gerade eine Achsvermessung von dem Model X. Was muss ich sehen? Der Monitor ist nicht ganz so perfekt angebracht hier, damit er nicht immer den Kopf so drehen muss, hat er sich aus Pappe, hat er sich hier was gebastelt. Und Dennis und Kilian, die rufen sich jetzt gerade über WhatsApp an und filmen dann den Monitor ab. Also ich finde es ja mega geil.